Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde The Crew 2 Wir zocken mit dem Meister Assi zusammen Oh, hast du ein niedriges Flugzeug Das ist doch so unfair, Alter Aber dafür bist du schneller in der Beschleinigung Und wir fliegen jetzt hier ein Ründchen Mal gucken, wie wir uns anstellen Ja, von wegen schneller Okay, dann doch nicht Hast du die deinem Oma mal angeschaut? Hä, bin ich doof? Ist denn der nächste Punkt? Ah, jetzt habe ich es verpasst Oh, die habe ich hier gerade nicht gesehen Oh Gott, das war... Nee Ich habe schon noch Tappenfehler gemacht Air Race Und los geht's Wow Das war voll für den Arsch Ei, ei, ei So, jetzt aber Ja, du schaffst das denn, ne? Äh Oh, ich habe ein ganzes Looping gemacht Ich bin so doof Also, ich habe zwei Looping's gemacht Weiß mal, wo wir ein Nitro raushauen Oh, 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 oh Oh, cool, ich bin da vor der Vorgabe Ah, das erste ist easy Ah, da unten war der Schlawiner Oh nein So früh gelenkt Oh, das hat noch Oh, das hat noch Oh, den kriege ich mir nicht, den kriege ich nicht Ach, verdammt Oh, minus zwei Sekunden Ja, ja, ja Oh, da unten ist schon das Ziel Okay Okay, das war alles andere als gut geflogen Nein Und die Rocket? Achso, ich glaube, wegen meiner Maus wäre die hier so doof gut Mal gucken, ob das besser ist So Huiiii Oh, das schaffe ich Komm, 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 komm Ja, ich überlege, ob ich noch was brauche Also, ich habe noch so ein paar lustige im Kopf Äh Hey, nice running Benny Vielen, vielen Dank für die Subscription Sehr coole Aktion Danke, danke, danke Leute, haut mal alle was rein hier Ihr könnt ja zum Beispiel mal schreiben Nehmen wir mal Follow zum Beispiel Schreibt mal rein Follow Also Ausrufezeichen Follow Da kommt, glaube ich, ein netter Text Cool, danke für die Subscription Sehr geile Aktion von dir Richtig cool So Haha, sehr geil, danke dir Geile Nummer Ähm, wir machen weiter Ich freu mich Äh, so Alter, geil Was denn? Da fliegen grad drei in Kolonne, Alter, das sieht so mega aus Das ist cool, ne? Oh ja Okay Da ansonsten sind noch nicht so viele da Oh, essen Ach, das weh Dankeschön Okay Danke, dann kann ich auch später essen, ne? Oh, 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 oh Mh Mh Hornig Essen Oh, ganz viel Mh Banane Kiwi Mh Leberkäsbrötchen und ne Nacka Wurscht Nacka Wurscht 3 2 Aber wenn dir noch ein geiler Comment einfällt Kannst du gerne schicken, aber das darf nicht so lang sein Aber ansonsten Der zieht doch schon im Start Mann Immer raus damit Ja Assi, du bist es doch gewohnt hinter mir zu fahren Oder? Haha Ich hab dich gestern in meinem Bootrennen eingeholt Ja, ich war unkonzentriert, außer wenn ich auf Tabletten Ja, jetzt kommen die Ja, genau Und zweimal ist keinmal Das war mehr als zweimal, ich hab dir vorhin den Stream noch angeschaut Zweimal Mehrmals Mehrmals Ich kann mich nur als zweimal erinnern, wahrscheinlich hab ich's verdänkelt Ja Die Niederlage Hä Ich hab auch das Gefühl dass meine eine Förder Southwestern wäre Ich bin der einzige Sieger hier Was macht das dann aus dir? Oh, 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 oh Wooo duration Komm schon baby, lass einen Schl Daddy Wooo Wo war das? Sollte Pilot werden. Und ich Kapital. Oder auch nicht. Besser nicht. Ich würd bei mir auch selber nicht mitkriegen wollen. Zu irre der Typ. Oh, es sind gerade zwei mir vorbeigeflogen. Ja, das war ich. Achso, das warst du mit der... Mit der Vorgabe. Also. Okay. Leck, schreib mal aus dem Zeichen Letzter rein. Das ist auch so geil, Alter. Ich bin nicht Letzter. Ich bin nicht Letzter. Ne, aber wenn ich Letzter bin, das ist so geil. Oh ja, danke. Können wir dann gleich ein Boot drin machen? Aha. Hä? Na, guck mal ob das ausfällt. Wow, 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 wow. Und los geht's. Ja, die ist die Clean bin ich noch nie im Stream, äh, hab ich noch nie gemacht. Ich hoffe, euch gefällt sie auch natürlich für die Aufnahme, die ihr dann nachher das Ganze in der Aufnahme schauen. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Ich find's eigentlich ganz cool. Relativ anspruchsvoll. Aber es macht wirklich sehr viel Spaß. Boah, jetzt muss ich mich. Oh Gott. Ich hab das Riesenrad gestreift. Ist das okay? Mhm. Vier Sekunden. Ne, schaff ich nicht mehr. Oh, Mahlzeit, Bastel. Grüß dich. Aber hast du dir mal deinen Flugweg angeschaut, oder? Miss Vicky. Grüß dich, grüß dich. Oh, sag die Sonnenkasten. Auf jeden Fall ein ganz, ganz fettes Dankeschön und dicken Knutscher von mir. Dicken Knutscher? Ja, Spy, Mann. Klar kannst du joinen. Wir haben noch Plätzchen frei. Wollte Benni auch mitspielen? Weiß ich nicht. Also, weil er gerade online war. Benni, sag ich nicht. Jo, Kult 42 mein bester. I-Pack habe ich mir auch schon gekauft. Tommy wollte auch noch kommen heute. Ist er schon online? Ja, ist schon online. Da wurde mir das online angezeigt. Ach so, ja. Tommy muss auf jeden Fall mit dabei sein. Meine ganze Prokurrenz. Ich guck mal. Ich? Ja, nettes Beiwerk. Was? Falkor! Ach, ihr kleinen Sweetie-Hasen. Ja, ich hätte euch auch gern ein paar mehr rübergeschickt, aber es sind noch nicht so viele da. Ich habe gerade erst eingeschalten. Kata, willkommen. Björn, willkommen im Livesteam. Na, ihr hübschen süßen Morsis. Schön, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Na, Isa und Carsten. Na, Isa und Carsten. Oh, ich traurig. Ich habe ganz, ganz viele neue Commands, Isa und Carsten. Wirklich, richtig, richtig viel. Ich habe heute mir ein bisschen mehr gegeben. Ich glaube, ich habe 15 Dinge oder sowas heute noch mal neu gemacht. Sind ein paar echt lustige dabei. Ähm, ja, Tommy ist da. Morgen, Tommy. Hast du Bock, abgezogen zu werden? Jo, war das nur schon wieder gemacht. Ne, gar nichts. Ich habe nicht gespielt. Ich habe Comments geschrieben für den Stream. Und nebenbei gezaukt. Wir klicken nicht mal bei euch ein, ma? Jo. Aber jetzt haben wir ja Zeit, ne? Hab ja schon. Was möchtest du denn machen? So, wir machen nochmal die Flug-Action von gestern. Oh nein. Lienchen, schmatzilein an dich. Grüße, grüße, grüße. Alter. Ich habe mir erst dann nochmal deine Live-Übertragung angekriegt, ne? Mit dem Power-Boot. Ich wusste das ja auch mal aus einer anderen Perspektive. Ja, ja. Das ist ja brach, ja, ey. Wie du abschließt, ne? Ja, wie schnell da jetzt ist, ne? Das merkst du ja so gar nicht. Das siehst du erst wirklich aus einer anderen Sicht auf immer so... Ich komme mir vor, als wenn ich stehe, alter. So, ja, gut, ich bin startklar. Du musst dann bloß noch mal kurz irgendwann den Ofen kurz vorheizen. Kein Ding. Ich warte eigentlich nur, dass Asi sagt, dass wir scharten können. Ich habe mir jetzt ein Nissan Monster Truck gekauft. Oh, oh. Weil die es kann. Ich habe einfach das Geld dazu. Oh. Hey, Asi, warst du gestern noch mit dabei? Ich habe mir den Königseck neu geholt, ne? Nee, ich war gestern niemal dabei. Ich habe dann ein anderes Spiel angefangen. Das ist fast. Grüß dich, huibui. Oder huibo. Na? Ich habe es aber gestern noch mitgelegt. Okay. Oh, der Notiz ist auch wieder am Start. Moin, moin. Okay. Okay. Na logisch, na logisch. Hmchen. Alle, alle putti immer logi. Jetzt docken wieder SoCrew. Meine Tabletten habe ich genommen. Ähm, du kannst einladen. Schmerzen sind halbwegs aushaltbar heute, aber das ist wirklich ein bisschen Dollar. Aber sonst geht es mir total prima. Ich werde fertig. Du bist fertig. Arztopfer Absch gemacht. Mit den Nerven. Mit den Nerven. Oh ja, ich auch. Ich auch. Fall, wenn ich mit dir spiele. Ich glaube, ich habe von der Crew geträumt. Kein Wunder nach acht Stunden oder was das war. Oh. Was denn los, Asti? Ich kann mir ein Flugzeug kaufen. Jetzt? Ach so ein großes? Ja. Musst du bei Blau holen, ne? Das ist ein Race Flugzeug. Dann warte ich noch auf dich. Nebenbei kann ich ja ein bisschen den guten Magen füllen, um dann die Basis für meine Tabletten zu haben. Ja, füllen wir mal den Magen. Ah, ich bin blöd. Was denn los, Asti? Da habe ich mir das Weile im Flugzeug gekauft. Ich habe extra gesagt bei Blau. Ach, Fehler passt mir an. Au, läuft nicht, Mina. Scheiße. Ist dein Rechner so schwach? Asti hat doch auch nicht so einen dollen, oder? Also die Grafikkarte ist zumindest Müll. Die Grafikkarte ist scheiße, ja. Aber sonst eigentlich... Oh, willkommen bei den Screamys. Huli-Boo. Danke, danke für dein Abo, Leute. Haut mal alle rein. Ausrufezeichen, follow. Ich hoffe, du fühlt sich wohl in meinem kleinen Königreich. Ihr seid liebevoll in meinen kleinen Screamys und ich bin euer Lord. Den Namen hat sich meine Community für mich ausgesucht. Ich freue mich, dass du jetzt dazu gehörst. Ich hoffe, du fühlst dich hier wirklich wohl. Genieß die Zeit. Tommy ist auch am Start. Moin, moin. Auch nochmal hier schriftlich. Sehr cool. So. Okay, dann können wir starten. Asti hat doch eh das falsche Flugzeug gekocht, wa? Aber... 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 Das Flugzeug... Ach, gar kein Problem, SpyGamer. Beim nächsten Mal dann wieder. Macht der jetzt doch nicht mit? Ne. Okay. Ich muss noch schnell... So. Ach, äh... Stopp. Vielleicht muss ich mal ein Tabletchen legen. Aber ich glaube, auch wenn der vier Jahre alt ist, der Rechner hat trotzdem müsste loben, oder? Ja. Welcher Rechner? Na, der Laptop meinig. Benni hat zum Beispiel einen alten Laptop. Der ist noch älter als vier Jahre. Nein. Wechseln aufs Fahrzeug. Wechseln. Mhm. Ja, wie gesagt, haut mal alle für Huibu. Auf jeden Fall nochmal was rein, Leute. Wir machen das doch immer in Google kommen. Oder... Ich hab's euch sogar leicht gemacht. Ihr müsst rausbezeichnen Follow schreiben. Dann habt ihr nicht so viel Text, meine Besten. Aber wir begrüßen doch immer ganz herzlich unsere neuen kleinen Spinnis. Häng ihr irgendwie fest? Achso. Darf ich mich... Äh... Darf ich mich... Irgendwie... Wenn ich... Wenn ich auf euch bin? Nee. Nee, weil... Du fliegst hier nur gegen die Zeit. Und die Zeit schlägt nicht zurück. Ja, ja, ich hab auch nen Kleene. Ich bin so alleine. Boah, der liegt ja schon gleich los hier. Nein, ich bin eben. Oh Gott. Ähm. Pass auf. So, meine Freunde. Wow. Okay. Oh disponひ Dat Heart. Ohhhhh, siis los gehes! Oh. Oh, schön mal immer vor Tommy zu sein Ja, aber auch nur beim Fliegen. Naja, ich habe ihn auch als Impressor geschlagen. Es war aber immer ein geiles Rennen, muss man sagen, weil ich fett. Naja, geht halt weiter, wa? Ja, ja, ich bin bereit. Warte mal ab, bis wir beide 250 haben. Dann wird es spannend. Oder halt, Max ist ja immer anders bei mir, Franzi. Ich hatte Erwartungen. Du übertriffst sie. Ach, da ist er ja. Moin. Ah, diese Rennen machen Spaß, finde ich. Also sie sind anspruchsvoll. Aber warte mal ab, Assi, das geht gleich richtig ab, Ding. Richtig schwer. Das Rennen haben wir gestern gemacht? Ja, das haben wir gestern, also heute Morgen um 7 gemacht. Kurz durchgespielt. Die Irre. Oh, 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 oh. Ich habe ja erst mal das Rennen noch probiert, ne? Ja, und? Quatsch, du völlig verjessener. Du bist doch Formel 1 gefahren und der, da habe ich dann richtig, naja, daneben gegriffen. Oh, scheiße, okay. Ich muss auch noch meinen Hubschrauber und so nachsachen. Oh, ich glaube, ich brauche das liegen, das mache ich als Aufnahme dann. Wie ich alles nur alleine machen kann. Ich könnte das Rennen genauso gut alleine fahren. Mein Gott. Was ist los, Assi, Line? Die beamen so langsam. Oh, 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 oh. Oh, was auf da? Oh, 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 oh. Oh, was auf das? Nice One, Alter. Ich habe fertig mit minus 10 Sekunden. Krass. ich hab jetzt gar nicht geguckt online fahre ich in Richtung oh Muscheln gesammelt oh das habe ich als Kind immer gerne gemacht das ist voll cool Muscheln sammeln fand ich immer cool mh haben wir da vorne gerade gemacht? ne hab jetzt die 2 gemacht dann haben wir jetzt schon 3 gefahren oh 4, 3, 4, 2 schaff ich, schaff ich, schaff ich hab's geschafft 2 Minuten 19 das ist ne Ansage alter fast eine Minute schneller als gefordert na ich bin 2,21 mit meiner Möbe das ist schon wendig ne ich hab's nicht geschafft ich glaub ich hab davor gar nicht meine Teile bekommen ich glaub wir müssen wir mal schnell holen gehen damit ich noch mal ein bisschen Dampf bekomme mh machen wir gleich mal 10 Sekunden ja Kult geht richtig schnell wenn man Kult ist es gibt Gott wie sieht heute aus Hypercar auf New York Dings mhm, wir können's probieren Angelo, warte mal warte mein Schatz ich flieg kurz zu dir guck dir mal, ich tut dir ganz warte, ich frem's mal haha hab ich wirklich ja, warte komm's noch nicht hinterher noch, 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 noch wo bleibt er denn? hinter dir oh, ich tritt gleich ab ich schmeiß mal kurz nen Herd an, wa? oh, der ist aber stylig oh, 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 oh hast du mich gerade gerammt? hehehe NEIN! oh, Kult, ich kann... ja, mach das oh, ich jag dich mal ja, ja, jag dich mal ich frisch da nicht huiii so, okay wir warten kurz, dass Tommi seinen Oaken angeworfen hat und deshalb kann ich kurz ein bisschen entspannen ich glaube ich geh mal kurz aufs Auto so lange, weil liegen lässt sich das schlecht von alleine mhm und schwupp Diola oh, der ist put ja, ich hab' nicht geschafft den Guide heute hochzuladen dummerweise muss morgen machen wie man da das alles selber macht mhm ja, mein naja huibu muss wieder weg mhm achso, ne ne, Linie muss weg gar kein Problem, Linie ja, danke, dass du da warst vielen, vielen, vielen Dank so, wir machen ein bisschen Flug-Action und dann werden wir uns wieder an die Rennen machen weil ich brauche noch ein paar Punkte damit ich Tommi das Leben schwer machen kann mhm also ein Plätzchen hätten wir noch frei und so ist das nicht das heißt, ich wollte eigentlich Linie nochmal kurz fragen wegen dem Rechner eigentlich müsste das halt auch gut mhm hoi-boi bleibt schön hier, wir brauchen huibu, da gab es doch mal irgendwas, war das ein Buch oder war das ein Geist, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau ich glaube du meinst du ein guter schlossgespenst ja das ist das ist von schlafen stadt irgendwas aus meiner kindheit sagt mir ich kenne wohl gut es ist ein film da gibt es einen geist der menschen verjagen aber das ist so eine komödie hat für kinder gemacht ja genau genau was aber der flieger den wir jetzt gut dass der geht nicht also das nicht für die so wieder da was soll man sagen ich mache mich doch ganz stark du wolltest doch fliegen wir müssen aber nicht fliegen aber dass sie du das macht keinen und nein er wollte mich glaube ich wieder haben nein wie kommt man oder auch mal ganz kurz meine teile einbaut schmiss die anderen die habe ich liegen lassen stand vor dir ärgerlich schon mal die noch mal ganz schnell ich hätte das eigentlich noch machen kann ja was habt ihr denn lust war schon drin ich muss mir noch jetzt meine teile abholen nein für mein flugzeug steht ihr mit auto unten ja ja ich habe mit auto unten gestanden weil ich gerade das bin ich glaube ich weiß ich gar nicht können wir gerne machen und juni technisch geht auf jeden fall noch eine ganze menge bei monster truck ich weiß zwar dass das nicht so die disziplin von tommy ist ist nicht meines aber wir können es ja ein bisschen auch nicht habe doch 100% was rede ich denn da jet sprint habe ich noch 50 da fehlt es mir noch krass machen wir einmal monster truck schwer oder leicht ich habe noch keine 100 prozent also leicht wahrscheinlich was brauchst du denn da können wir doch anfangen wo du es noch brauchst bei monster truck ja du brauchst noch alles ja ich habe monster truck nicht einmal gemacht mit meinem fahrzeug ach so aber du hast trotzdem hast du ja die häkchen da drin also schrott und vernichtung dass diese komische rennen ja das ist scheiße das habe ich also brauchst du noch ja das schwere und die letzten zwei alles klar bernie vielen dank nochmal für die subscription und danke danke dass du das ding an das für mich sehr coole aktion also ich brauch die letzten zwei und die zwei und die drei brauche ich also ich würde sagen wir fangen mit dem rennen an damit dass damit auch tommy was davon hat ich glaube ich noch etwas an teilen am start habe ja rosa mag monster truck ich finde es eigentlich auch cool es macht spaß ist mal abwechslung sagt die aufnahme warte oder die auch haben wir nur fliegen das ganz cool ja vielen vielen dank für das einschalten für das video schauen lässt mir doch noch umdach wer sich dann abkamen nicht super gerne abonnieren bisschen eigenwerbung muss auch noch sein klickt auf meinen mmo gar nicht dort könnt ihr spiele in game währung und so weiter sehr sehr günstig kaufe ich kriege ein kleines bisschen provision wenn ihr das macht einfach auf den link klicken dann seid ihr im shop und spart wahres geld und ist auch ein bisschen was gut das war's schon viel schamlose einwerbung bis dann haut rein wenn wir nehmen